Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Season 7. Ist ja voll ätzend. Ne, so ätzend ist halt gar nicht, Harry. War das ätzend? Ich habe auf Peters anraten, dass, ähm, 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 Sfax, äh, hier, Dingens, ne? Weihnachts-Texture-Pack. Weihnachts-Texture-Pack runtergeladen, genau. Übrigens, fröhliche Weihnachten haben wir, glaub ich, vergessen. Welchen Weihnachtstag haben wir denn gerade? Gestern war Weihnachten, das heißt, heute ist erster Weihnachtstag, zählt immer noch. Freudliche Weihnachten! Wuuuuh! Ich hoffe, ihr habt mindestens so viele Geschenke bekommen, äh, wie ihr gerade hier auf dem, auf dem Bildschirm sehen könnt. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Was hast du gesagt? Hey! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The, was? Es heißt Tonight. Ich spiele Singster bei LMS, sagst du? Ja. Hast Singster gespielt. Na, hast Singster gespielt, ja. Ja, hast du ja gesehen, was da rausgekommen ist. Ja, wir reden ja schon von LMS 3, ne? Hey! Oh Gott. Oh nein, was tue ich? So, ähm, den lassen wir mal da. Na 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 na. OJ, auf die Fresse. Oh ja. Gebt ihm doch mal hart. Dann ist er endlich ruhig. Das ist auch noch ganz gut. Oh, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Also ich hab das jetzt nochmal versucht mit den Kätzchen. Oh, das ist doch super. Warte, dann hast du ihn mir in die Ecke geschoben. Ja. Was ist eigentlich mit euren Kätzchen geworden? Sind die alle tot? Ne, die sind alle am Start. Hadi so wenig Flucht hat, da irgendwelche Viecher auf den Kartons sitzen. Ne, ich bin grad beschäftigt. Das ist ne Runde Hamster. Dann kommst du eigentlich mit deiner Dingens gut voran? Wat? Kathedrale? Ja, ich bin grad schon am Ausschmücken. Die brauchen wir nicht mehr. Du bist schon am Ausschmücken? Aber mir fehlen so ein paar Steine. Hat irgendjemand Steine über? Weißt du, wo du die findest? Unter der Erde. Cobblestones hab ich noch ne halbe Truhe von voll. Ganz viel, Christian. Komm ich dir nachher mal rein. Ne, anderthalb Truhen hab ich sie voll. Heißt ja nicht, dass du die Chris... Achso, okay. Die Cobblestones kannst du ja noch haben, den Stein lieb ich. Wenn du runterkommst, rechts, die erste Truhe ist komplett Cobblestone, die kannst du komplett haben. Und die zweite Truhe dahinter kannst du ja noch Cobblestone-Kram haben. Ja, ich frag gleich nochmal, wenn ich vorbei kann. Kannst du auch den Cobblestone-Kram? Könntest du doch einfach behalten. Das wär zu einfach. Kann man eigentlich Schneemänner bauen? Ja. Ja, klar, in die Schneegolenz oder nicht? Ja, kann man. Die nerven dann auch richtig hart. Aber hier ist ja eh alles zugeschneit. Scheiße, jetzt kann ich ja nie mehr nachgucken. Oder Moment, das könnte ja mal im Texture-Pack liegen. Hadi ist hier ja gerade bei dir alles zugeschneit. Kannst selber gucken, ob das zugeschneit ist. Und zwar, wenn da Schnee drauffliegt. Jo, dann machen wir mal das. Und das. Okay, alles klar. Achso, ist jetzt bei mir alles weiß. Das ist natürlich ein bisschen überraschend. Beim Weihnachts-Texter-Pack. Nach einer Stunde fällt mir das direkt. Das, das, das. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das kriegt Hadi jetzt genau mal in den Asch. Da freue ich mich drauf. In den Asch? Ja, ich habe alles verzaubert mittlerweile. Ich habe sogar eben eine Level 30 Fishing Rod verzaubert. What? Oh, kann man mal machen, ne? Und, was hat die Geiles gekriegt? Unbreaking 3 und hier Blah of the Sea 3. Alter Vater. Das ist aber ganz schön krass. Naja. Luck of the Sea, genau. So, dann gucken wir uns mal, ob wir die Schnittchen hier in der Zwischenzeit getrieben haben. Da oben sehe ich noch irgendwie einen Eisblock, Hadi. Den hast du wohl nicht weggemacht? Ja, der verschwindet noch. Ich kann leider wieder nicht zoomen. Fuck, ich habe vergessen zu gucken, ob es mittlerweile Optifine gibt. Ja, sehen wir jetzt selbst so getrieben. Ich muss, äh, ich bringe euch mal zu LMS 2 die Kamera, mit die ich hier noch liegen habe, weil ich habe da kein Aufladekabel für. Kann das sein, dass ihr beide habt? Weiß ich nicht. Kann durchaus sein. Ich habe für unseren Termin nächste Woche bräuchten wir auf jeden Fall Kampers. Ich dachte, dass hier wäre eine Tür. Ach, Sepp, ey. Aber gut, das hat jetzt nichts mit Minecraft zu tun. So, dann machen wir uns selber eine Tür. Er braucht Kameras. Peter, weil er den Sex mit seiner Mama filmen kann. Alter, was sind das denn hier für Heidenszeichen? Wir direkt hier in Richtung. Und Jay geht voll drauf ab. Pornografie gehen. Funktioniert das von innen? Kino, geil. Wo ist das eigentlich? Kommt. Was ist drüber? Na, das funktioniert. Was ist das denn hier? Hast du die Laternen aber wunderschön eingebaut, ey? Ja, voll geil, oder? Was sind das denn die für Gänge? Zack. Wo kommt man da hin? Mal gucken. Haha. Aha. Ja, Christian, dann komme ich mal einem rüber, ne? Ich bin schon bei dir. Scheiße, ich brauche noch Glas. Da hat der Sepp einen Geheimgang gebaut, der irgendwie nicht so geheim ist. Mal gucken, wo der hingeht. Fick die fuck. Jetzt fick mir das. Komm her. Oh, Schafe, ich hasse sie. Sie sind einfach so dumm. Schau mal zum Farm. Wo ist das hin? Ja, wir sind tatsächlich nicht besonders intelligent. Nee. Komm sofort wieder. Ich dachte, das wisst du, unser Tierdoktor. Buggy und dumm. Da fällt mir eines Tudorings ein zweites Mal. Buggy und dumm. Aber trennst du denn da rum, Christian? Ich hab mich verlaufen. Nur da rausgekommen? Suchst du wieder mein Haus, oder was? Was? Suchst du wieder mein Haus? Wo bist du denn hergekommen? Ich bin hier hinten hinter dem komischen Zeichen hier reingelaufen. Ah, die kannst du Tür zumachen. Ach so, okay. Ja. Ich dachte, du wärst von deiner Mine, weil da unten kannst du auch irgendwie in deine Mine rein. Und wie viel Damage das macht? Und dann kommst du auch irgendwie dahin. Alter, die Pfeile brennen. Geht das mit Holz? Nee. Ja. Das wär viel zu Porno. Pfeile. Das wär echt krass. Ja. Wenn du brennende Pfeile schießen könntest, die Holzer brennen. Hahaha. Das wäre dämlich tödlich. Dann will ich, glaub ich, nie wieder was aus Holzboden. Ja. Dann will ich nur noch Stein bauen. Ja, aber Sepp ist ganz schön weit gekommen, muss ich sagen. Als ich das letzte Mal hier war, stand die Seite da noch nicht. Nein. Mir fehlen jetzt halt Steine für die andere Wand. Wo kommt der denn her? Oh, leck mich da. Leider die. Toll, jetzt müsst ihr die wieder zubauen, weil so ein Wichser da war, ja. Guck mal, Christian hat Zuckerstangen angebaut. Oh, das, ach du hast auch die Texte gepickt. Die Zuckerstangen sehen ziemlich geil aus. Welche Zuckerstangen sehen geil aus? Ja, Christian, dann komm ich sofort zu dir rüber, ne? Sepp, ich hab leider zu wenig Dreck, um das Loch zuzumachen. Ja, es macht mir. Was macht ihr denn mit den Zuckerstangen? Essen. Was sind denn Zuckerstangen? Das ist was zu essen, Jay. Das ist was Süßes. Ich hab jetzt gerade an Zuckerrohr gedacht, aber ihr meint wahrscheinlich was anderes vermutlich. Zuckerstangen sind diese weiß-roten Dinger da, die da waren alle verteilt. Ja, und da musst du dran lutschen. Kann man bauen? Ja, die kann man bauen. Okay. Das ist doch noch nicht. Hat die Bram gebaut? Ja, aber Christian. Daneben. Leu, ich hab dich getroffen. Ja, wenn ich dich treffe, Junge, ist Zapfenduster. Zapfenduster, Junge. Glowstone. Aber sowas von Zapfenduster. Hat die man auf Glowstone, ne? Ich muss mal eben auf der Game irgendwo hoch. Leider, nein, Bram. Glowstone. Nee, nee, nee. Ja, oder halt hat die Glowstone Lust. Wie viel Glowstone brauchst du denn? Na, um so. Also ich bräuchte Glowstone, bräuchte ich zwölf insgesamt. Insgesamt, und ich hab sechs. Okay, also sechs Stück, oder was? Ja, die kann ich empfehlen. Christian, hast du deinen Spawner umgelegt, irgendwie? Nee. Wo mach ich denn nochmal dahin? Peter will farmen gehen. Das war doch eigentlich durch deinen Thronraum bis zum Ende. Nee, 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 das war durch den Raum, wo vorher das Bücherding stand, der Enchanter. Was steht da jetzt? Nix. Da, wo der rote Teppich ist. Ah. Quasi. Oh, ich hasse Schafe, die sind einfach so dumm. In diesem Scheißspiel. Meine Fresse. Boah, so ein voll verzauberter Bogen wär echt geil, aber ich hab noch nicht genug Level. Peter, gehst du jetzt leveln? Jupp. Jetzt hab ich... Wie lange? Bis ich fertig bin, war? Ich glaube, er will Scheiße bauen. Wahrscheinlich will er gleich dasselbe machen wie bei dir. Und der Herr der Insel werden oder sowas. Ich glaube, er will auch leveln, darum geht's. Das sieht ja schon nicht schlecht aus. Da war ich wohl schneller. Da müssen wir mal zu Jay gehen, was der jetzt da gemacht hat, will ich ja mal sehen. Nope. Bombs. Dann will ich jetzt mal zu Jay gehen. Alter, Sepp, deine Kathedrale ist, äh, Zombie-Spawn-Point Nummer 1. Ich würd's immer noch geil finden, aber der ist schon wieder gemutet. Ohne Spaß, ich glaub, der spielt heute gar nicht mit. Ich glaub, der doch. Alter, hast du nix zu tun? Ich würd' dich so gern mit meinem Bogen mal treffen, ey. Lost Connection! Ficken. Ripepona 1. Ach, leck mich! Bei mir hast du noch keine Connection verloren. Ja, ich aber. Ja, aber das, was bei mir ist's ja.